Das ist der JAS, wo mir Gott lädt. Da hast du stehen, siehst du, im Baumwerker. Nein. Das ist eine Figur, aber eine Kirche. Ja, ja, ja. Das ist der JAS, wo mir Gott lädt. Also, ernst? Ja, ernst. Da steht so keine Tafel, da kannst du das lesen, warum. Da werde ich lesen, warum? Ich glaube, kein Wort von dir. Nicht mehr. Ja. So lieb wärst du das jetzt schon, oder? Café Central, das berühmteste Literatencafe. Café Central, soll ich das wissen? Die Jahrhundertwerbe der Session.